Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich wie immer und wie jeden Mittwoch mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Und heute gibt es ein Tutorial zu folgendem Foto. Da gab es schon mal ein Bildbearbeitungstutorial zu. Heute gibt es im Prinzip das Tutorial zum gesamten Bild. Und zwar ist das schon mal veröffentlicht worden im Rahmen vom Amphoto gelernt 2017. Da gab es dazu eine Folge. Und direkt nach dem Intro erzähle ich dir dazu noch ein kleines bisschen mehr. Bleib also dran, mein Lieber. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du hast in der Tat heute eine Folge quasi von Amphoto gelernt. Das ist ein Lernkonzept aus 2017, die ich jetzt hier veröffentliche. Vorher möchte ich dich aber noch auf Folgendes hinweisen. Und zwar läuft ja noch meine Charity-Aktion zum Thema Georgien. Du weißt das sehr wahrscheinlich. Ich versteigere drei große Leinwände für hilfsbedürftige Menschen in Georgien. Wir waren auf Fotoreise in Georgien in diesem Jahr, also 2018 und fahren auch nächstes Jahr nach Georgien, 2019. Und ich möchte da die ein oder andere Familie, die wirklich in ganz, ganz schlimmen Verhältnissen lebt, unterstützen. Folge super gerne dem Link hier oben in der Infokarte und informiere dich zu der Charity-Aktion und vor allem biete super gerne auf die Leinwände. Du kriegst riesengroße Leinwände, so ungefähr einen Meter mal Meter 50 von mir kostenfrei geschickt. Die Versandkosten übernehmen wir. Wenn du die Leinwand in Seevetal oder Hamburg abholst, dann spende ich zusätzliche 50 Euro für Georgien. Und dein Kaufpreis im Prinzip für mein Bild, was dann bei dir an der Wand hängt, der kommt Hilfsbedürftigen in Georgien zugute. Und da freue ich mich mega, wenn du da mitmachen würdest. Link hier oben, wie gesagt, in der Infokarte und auch hier unten in der Videobeschreibung zur Charity-Aktion. Klick da doch mal drauf. Im Moment sind zwei Leinwände bei Ebay in den Auktionen online und die dritte folgt in den nächsten Tagen. So, jetzt kommen wir zum heutigen Video. Das heutige Video ist, wie gesagt, ein Video, was in der Lernreihe Am Foto gelernt 2017 veröffentlicht wurde, beziehungsweise dort wurde veröffentlicht die Tonspur. Am Foto gelernt, gibt es ja auch 2019, ist ein Lernkonzept, bei dem im Prinzip du monatlich von mir Informationen bekommst zu einem Foto. Wenn du das große Paket buchst, dann bekommst du das Foto in ausgedruckt 20x30 geschickt. Hast deinen persönlichen Lernordner, den wir dir am Anfang des Jahres geschickt haben, bekommst dann monatlich Post mit einem PDF, wo drinsteht die wesentlichen Daten des Bildes. Das Bild ist auch nochmal dabei. Dann gibt es Links da, wo du die RAW-Datei runterladen kannst, um da auch selber vielleicht ein bisschen dran zu bearbeiten und nochmal genau reinzugucken. Und es gibt meine Learnings in Form von Text und stichpunktartig dann, was habe ich aus diesem Thema und aus diesem Foto gelernt und was empfehle ich dir. Gleichzeitig bekommst du eine Audiospur, einen Audiocast, so irgendwas zwischen, ich sag mal, vielleicht so 12 bis 25 Minuten, indem ich dir auf einer Audiospur erzähle, wie das zu dem Foto gekommen ist und im Prinzip das erzähle, was in dem PDF nochmal dabei ist für deinen Lernordner. Das PDF heftest du ab und machst dir Notizen drauf und die Spur hörst du dir an, weil da kann ich natürlich so ein bisschen auch noch besser als in Textform zwischen den Zeilen erklären. Und dann bekommst du ab und an noch ein Video dazu oder irgend so etwas, so wie es auch in diesem Fall gelaufen ist. Jetzt blende ich dir hier das Bild ein und dann bekommst du im Prinzip die Audiospur darunter gelegt, zu am Foto gelernt. Wie gesagt, das ist hier eine Ausgabe von 2017 gewesen. Wenn du dabei sein möchtest, 2019, das kann man nur noch bis Ende Dezember buchen, dann ist das zu und dann machen wir wieder ein Jahr lang am Foto gelernt 2019. Es gibt eine interne Facebook-Gruppe zum Austausch. Du kannst auch gerne mal hier anrufen. Es gibt immer mal wieder Sonderaufgaben. Ich trete dir monatlich in den Hintern virtuell und sage, Achtung, geh raus, beschäftige dich mit diesem Thema. Und wenn dir das gefällt und du Bock drauf hast, dann schau doch super gern auch auf unserer Webseite www.ff-fotoschule.de vorbei. Gleich auf der Startseite im Kopfbanner findest du ganz groß den Hinweis auf am Foto. Wie gesagt, jetzt Bild eingeblendet und Tonspur und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. Ja, moin moin meine Lieben. Herzlich willkommen zu dieser weiteren und neuen Folge am Foto gelernt. Es ist irre, es ist schon die Juni-Ausgabe. Das heißt, wir sind bei Halbzeit. Kommt mir überhaupt nicht so vor. Ich produziere hier nach wie vor super gern für euch die Folgen und gucke mir die passenden Bilder zu euren Themen aus. Dieses Mal habt ihr ein Foto von mir geschickt bekommen, das ist auf Mallorca entstanden. Und zwar seht ihr dort ein Auto mit unserem Model der Daria in der Landschaft stehen. Und zu diesem Foto möchte ich euch erstmal ein kleines bisschen was rundherum erzählen. Ihr wisst, es gibt immer ein bisschen verschiedene Dinge zu lernen. Zum einen geht es darum, wie ist das Licht entstanden und da insbesondere auch, wie ist das Bild überhaupt danach bearbeitet worden. Aber als erstes vielleicht mal, wie ist es zu dem Foto gekommen. Und zwar ist es folgendermaßen gewesen. Ich war im März mit einer Basisreise auf Mallorca und im März haben wir diese Fahrzeuge auf der Bergstraße in der Tramontana getroffen. Zwei Stück davon. Da hat jemand eine Ausfahrt mit diesen Fahrzeugen gemacht und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, wer das mit der Ausfahrt war. Und meine Reisegruppe ist aus dem 19er Bus rausgesprungen. Wir hatten da eh einen Fotostopp und da standen diese beiden Fahrzeuge, beziehungsweise kamen da gerade angefahren, als wir da standen. Und alle wollten davon auch mal schnell noch ein Erinnerungsfoto quasi machen. Dabei stellte ich fest, dass das Elektrofahrzeuge waren. Die fuhren nämlich sehr, sehr langsam. Quatsch, sehr, sehr leise. So richtig langsam nicht, aber sehr, sehr leise. Und kam mit einem, der das eine dieser beiden Fahrzeuge fuhr ins Gespräch, wie sich später herausstellte, der Inhaber der Firma, die diese Fahrzeuge produziert. So, es handelt sich um Lorix. Das Lorix ist eine Automarke, die in den 20er Jahren auf den Balearen gebaut wurde. Der Kollege, der jetzt Inhaber der Firma ist, hat die Markenrechte gekauft und einen von diesen zehn noch vorhandenen Lorix aus den 20ern und baut jetzt quasi so eine Art Replika. Die sind nicht nach den Originalbauplänen gebaut, sondern nach einem eigenen Bauplan. Und die haben eine europäische Straßenzulassung, fahren rein elektrisch und sind reine Handarbeit. Es gibt fünf Fahrzeuge aktuell davon. So, mit dem Mann kam ich ins Gespräch und sagte, pass mal auf, wir haben jetzt im Moment wenig Zeit. Ich bin ja auf einer Basisreise, aber ich kann mir vorstellen, Ende April komme ich mit der sogenannten Profireise, also mit ambitionierteren Fotografen, dass wir uns dann mal zum Fotografieren der Fahrzeuge treffen. Denn er sprach gleich zwei meiner Teilnehmer an und sagte, bitte auch anständig unser Hashtag Lorix benutzen. Und ich sagte, okay, das können wir ja dann nachholen, dann machen wir euch ein paar ordentliche Fotos. Das heißt, wir sind ganz unverbindlich dort ins Gespräch gekommen. Er hat mir seine Visitenkarte gegeben. Die habe ich einfach nur weggesteckt und erst sehr viel später, nämlich als ich wieder zu Hause war in Deutschland, durch einen Blick darauf festgestellt, dass es sich um den Inhaber handelte. Das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Und wir sind dann so im Prinzip verblieben. Dann bin ich nach Deutschland gereist. Dann sind ja irgendwie vier Wochen vergangen, bis ich das nächste Mal auf die Insel geflogen bin mit dieser super fortgeschrittenen Reise. Und vorher hatten wir zweimal Mailkontakt. Ich habe ihm das Datum mitgeteilt und auch gesagt, wir würden das gerne machen. Es gab von ihm auch die Signale, das wirklich durchführen zu wollen. Allerdings lebt der Mann davon, dass die Autos vermietet werden und dass die Autos irgendwo vorgeführt werden, weil im Zweifel sie natürlich auch verkauft werden sollen. Das heißt, wir haben dann, als ich mit der Profireise auf der Insel war, einfach nochmal telefoniert. So, was ist sozusagen das erste Learning aus dieser ganzen Nummer? Das erste Learning ist einfach mal mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen. Menschen durchaus ansprechen, wenn man ein Interesse daran hat, mit denen was zu machen. Und da meine ich jetzt völlig egal, ob ihr jemanden fotografieren wollt, weil er charismatisch aussieht oder ob ihr etwas fotografieren wollt, was derjenige hat. Also keine Ahnung, ihr kennt da jemanden ganz entfernt. Der hat so einen super Loft mit direktem Blick auf den Kölner Dom. Ja, dann fragt doch einfach und sagt, was ihr wollt. Denn, ja, da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen, außer es derjenige sagt Nein. Und wir Menschen, wir neigen nicht so sehr dazu, Nein zu sagen, sondern wir versuchen es oft, anderen auch recht zu machen. Und deswegen, vielleicht bekommt ihr auch ein Ja. Was ihr niemals tun solltet, ist etwas vortäuschen, was ihr nicht halten könnt. Das heißt, in dem Mailkontakt, den ich zwischendurch mit der Firma LORIC hatte, habe ich klar gemacht, ich habe zwar besonders ambitionierte Fotografen mit am Start, aber ich kann nicht versprechen, dass die Mega-Bilder produzieren und vor allem auch nicht, dass sie sie hinterher schicken, aber ich selber würde welche machen, sodass sie in jedem Fall auf eine adäquate Anzahl von richtig guten Fotos kommen, die ich ihnen zur Verfügung stellen würde. Dann bin ich am Ball geblieben, bin, habe, als wir auf der Insel waren, bin vorbeigefahren, da war aber niemand in der Firma und habe dann einen Tag darauf telefoniert und dann haben wir uns verabredet zu diesem Shooting. Der Mann hat von den fünf vorhandenen Autos drei Stück mitgebracht, hat also auch noch Mitarbeiter akquiriert, die zum Teil die Autos gefahren haben. Und vier gibt es überhaupt nur. Einer ist ein Ungefahrener, der steht im Ausstellungsraum auf Mallorca und der fünfte war gerade auf einer Messe in Deutschland unterwegs. Das heißt, er hat wirklich auch einen hohen Einsatz gebracht und wir haben über einen halben Tag die Autos fotografiert. Mitzieher, aber eben auch Bilder im Stehen mit dem Model. So, was ist das erste Learning? Wie gesagt, Menschen ansprechen, am Ball bleiben, immer wieder nachhaken. Nur so funktioniert das Ganze, so kommt ihr zu tollen Fotomotiven, zu denen andere vielleicht eben nicht kommen, weil es ihnen dort an Kommunikation oder aber auch an Hartnäckigkeit fehlt. Dann haben wir die Autos, nachdem wir erst die Mitziehe gemacht haben, da hat es auch noch ein bisschen geregnet, haben wir die Autos auf der Bergstraße an so ein Geländer, an so eine Parkbucht gestellt. Ihr seht das auch hier. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, im Frühling auf der Insel fahren unglaublich viele Radfahrer, die da gerade trainieren, aber auch schon eine ganze Reihe erster Touristen, die auf der Bergstraße im Mietwagen unterwegs sind. Wir haben natürlich für Aufsehen gesorgt und für einen Aufruhr, kann man auch sagen, weil die Parkbucht natürlich zu klein war, um auch in der Parkbucht selber zu stehen, um die Fotos zu machen, sondern wir standen im Prinzip auf der Straße mit der Blitzanlage und auch der Fotograf und haben das zu beiden Seiten abgesichert, indem jeweils 200 Meter etwa vor der Shootingstelle jemand stand und den Autofahren signalisierte mit langsam fahren und wir auch ab und an den Verkehr ein bisschen angehalten haben. Das war schon wirklich, ja, dann aufwendig. So, wie sind wir jetzt? Das Licht hat sich so ergeben im Prinzip, weil die Autos standen an so einem leichten Gegenlicht. Dafür konnte jetzt niemand was. Die Parkbucht war nun auf der Seite, aber das ist die Meerseite. Das heißt, da war auch sehr viel weite Landschaft im Hintergrund und dann kam direkt Horizont und Meer. Das war eigentlich aber das, was wir fotografieren wollten. Wir haben das mit einem portableen Blitz gemacht, einem Hedius 680A. Aber das geht theoretisch auch mit entkoppelten Aufsteckblitzen. Die haben nicht ganz so viel Leistung wie der Hedius. Aber wenn ihr 2 oder 3 hinstellt, dann könnt ihr auch durchaus gegen nicht so ganz krasse Sonnenlicht gegen anblitzen. Und ihr seht das auf dem Vorher-Nachher-Bild ja auch, was ihr mit den Begleitunterlagen bekommen habt. Es war nicht strahlend blauer Himmel und massiver Sonneneinfall. Im Gegenteil, es war so ein bisschen diesig, dunstig, schleierartig bewölkt. Wie kommt ihr jetzt zu einer ordentlichen Belichtungszeit? Ich mache das so, ich messe den Hintergrund an. Das heißt, ich trete erstmal beiseite an dem Auto vorbei und messe in den Hintergrund, in den blauen Himmel und in die Landschaft. So, dass der Ausschnitt quasi ohne das Hauptmotiv aufgenommen wird, um einmal zu gucken, wo stehe ich hier überhaupt. Das Ganze mache ich innerhalb der Blitz-Synchron-Zeit. Weil ich ja jetzt gleich blitzen möchte und der Blitz zwischen die beiden Verschlussvorhänge fallen soll, brauche ich eine Zeit, die unterhalb der Blitz-Synchron-Zeit ist. Also in den allermeisten Fällen länger als eine 200. Ich habe eine 160. gewählt. Und dann habe ich die Blende soweit geschlossen, bis die Belichtung okay war. Das war bei mir bei Blende 11 der Fall. Da sah die Belichtung einigermaßen okay aus. Jetzt kommt es, da der Himmel aber so schleierartig bewölkt war und eh sehr weiß, habe ich dann zwei weitere Blenden unterbelichtet, nämlich auf 22. Dadurch hat der Himmel einen ganz mittleren Grauton, aber zumindest mal schon mal einen leicht abgeschwächten Grauton angenommen. Und habe das als Basisbelichtung verwendet. Jetzt bin ich zurückgegangen, habe das Auto wieder mit ins Motiv genommen und nun wird die Lichtleistung, die vorne auf das Auto fällt, über den Blitz reguliert. Das heißt, ihr regelt den Blitz manuell ein. Das könnt ihr über Abstand machen, aber natürlich auch über die Blitzleistung, um eben das Hauptmachtiv vorne im Gegenlicht aufzuhellen. Der Blitz war hier eine ganze Ecke weit weg, ist mit halber Leistung geblitzt und der Blitz kam hochfrontal. Den hat jemand an einem Boomstick gehalten. So ist das Bild entstanden. Diese Kombination aus Blitz von vorne, Licht von hinten und korrekt belichtetem Hintergrund hat dazu geführt, dass die Tonwerte relativ verdichtet sind. Das heißt, ihr habt keine ganz extremen Kontraste im Bild, sondern ihr habt eben alles, was sich im Graubereich befindet. Nicht schwarz, nicht weiß, nichts Überstrahltes, nichts komplett Abgesoffenes, sondern alles ist so ein bisschen in der Mitte. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Dadurch wirkt das Bild allerdings auch vor der Entwicklung relativ flau. Wenn ihr das auf dem Kameramonitor seht, wundert euch nicht, dass ihr denkt, oh, das könnte ein bisschen brillanter sein. Ja, das könnte bestimmt ein bisschen brillanter sein bei so einer Lichtsituation. Aber das könnt ihr hinterher halt wunderbar im RAW machen. Jetzt hast du den ersten Teil von der Tonspur gehört und die ganze Zeit das Bild gesehen. Jetzt möchte ich das hier mal ganz kurz unterbrechen und dir was Neues bieten. Denn es gab auf diesem Kanal schon mal das Bearbeitungsvideo zu dem finalen Foto, was an diesem Tag dort auf Mallorca entstanden ist. Dieses Bearbeitungsvideo haben vielleicht nicht alle von euch gesehen. Das blende ich jetzt ein. Wer das nicht sehen möchte, der skippt halt ein Stück nach vorne und hört dann an der Stelle weiter, wo die Bearbeitung vorbei ist. Aber ich denke, das ist eine gute Stelle, um mal zu gucken, was ist final aus dem Foto geworden. Und dann geht es weiter mit der Tonspur. Jetzt gibt es hier in Lightroom mein Standard-Workflow im Prinzip. Also als erstes ziehe ich mal die Lichter runter und die Tiefen nach oben. Das sorgt immer dafür, dass der Dynamikumfang reduziert wird, weil Lichter und Tiefen im Histogramm dichter aneinander rutschen. Dann kann ich dem Bild schon sehr gut ansehen, dass es die blaue Färbung eigentlich nur auf dem Himmel gibt. Das heißt, wenn ich hier im Luminanzbereich den blauen Kanal nach unten ziehe, dann wirkt er sich ausschließlich auf den Himmel aus. Und da ich hier sehen habe, ja, das stimmt tatsächlich, kann ich hier natürlich auch die Sättigung erhöhen und einfach für mehr blauen Himmel sorgen. Es geht sehr einfach, sehr schnell bei einem Bild wie diesem. Dann gibt es hier einen Regler, der steht nur den Lightroom CC-Usern zur Verfügung. Aber das ist der Dunstentfernregler, der ist eigentlich immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber hier vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um noch mehr Struktur und auch blau in den Himmel zu bekommen. Wenn wir schon bei den Farben sind, dann würde ich jetzt hier den Dynamikregler noch ein bisschen hochziehen und gleichzeitig den Klarheitsregler, um auf den Mikrokontrasten noch für ein bisschen mehr Stimmung, würde ich jetzt mal sagen, und ein bisschen mehr Kontrast eben zu sorgen. Jetzt ist das Bild insgesamt ganz schön dunkel geworden, meiner Meinung nach. Jetzt schiebe ich hier mal die Belichtung noch ein bisschen nach oben und dann sind wir auf einem ganz guten Weg, finde ich, was die ganze Ausarbeitung betrifft. Jetzt würde ich sehr gerne noch die Blitzlichtsituation akzentuieren. Und dafür ziehe ich mir hier einen Radialfilter rein. Diesen Radialfilter setze ich hier auf Auto und auf das Model. So, kann ich da sogar noch ein bisschen breiter. So würde ich sagen, es sieht ja ganz gut aus. Und jetzt ziehen wir hier die Belichtung ein bisschen runter, dass es noch ein bisschen dunkler außen wird. Muss hier ein bisschen vorsichtig sein. So eine Vigilante kann man immer ganz gut machen, aber man sieht es natürlich relativ stark. Beim Blitzen allerdings etwas, was natürlich auch natürlich entsteht, denn das Licht fällt ganz offensichtlich nur hier in den Vordergrund. Aber wenn ihr die Vignette zu stark anzieht, dann habt ihr das natürlich auch, die Vignette zu stark anzieht, dann habt ihr das natürlich auch die Vignette im Himmel. Und das kann das Blitzlicht eben in keinem fallen, weil das kann nicht hinten den Himmel abdunkeln in der Atmosphäre. Insofern geht da ein bisschen vorsichtig. Wunderbar, jetzt eben die Bearbeitung zu dem Bild. Jetzt blende ich dir das Standbild wieder ein, also das finale Ergebnis quasi. Und du hörst den zweiten Teil von Amtfoto gelernt, also von dem Audiocast, der damals verschickt wurde, zu dem Bild. Und dann sehen wir uns ganz am Ende von diesem Video nochmal ganz kurz wieder. Ja, wir haben dann diverse Fotos so durchgeschossen, die Teilnehmer auch. Ich glaube, es ist ein wirklich cooles Bild geworden, wobei man dazu sagen muss, ein Großteil macht eben auch die Bearbeitung aus. Für die Bildbearbeitung habe ich euch ein Video fertig gemacht. Das könnt ihr im Begleitmaterial anklicken. Steht bei YouTube im Moment noch als verstecktes Video. Das wird irgendwann mal veröffentlicht an einem Mittwoch als Mittwochstutorial, weil es doch ein aufwendigeres Video gewesen ist und es auch eine Menge Learnings für alle gibt. Für euch ist ja auch immer wichtig, was sind die Learnings aus dem Foto an sich. Natürlich in diesem Fall ist die Bildbearbeitung quasi ein Add-on für euch vorab. Später wird das irgendwann mal öffentlich geschaltet, sodass alle das Video sehen können. Aber natürlich weder euer Foto in Händen halten, noch das Begleitmaterial hier, noch den Podcast. Also nochmal zusammengefasst, worum ging es im Großen und Ganzen? Es ging darum, den Kontakt zu halten, denjenigen überhaupt anzusprechen und zu sagen, Achtung, wir können was gemeinsam machen. Ich habe dafür keinen Cent Geld verdient und ich habe jede Menge Fotos an ihnen geliefert, also an die Firma LORIC. Ich bin dann hartnäckig am Ball geblieben. Ich habe mit den Jungs zusammen eine passende Location ausgesucht. Wir haben das also besprochen, wo ist was zu shooten. Dann haben wir diese Lichtsituation so nehmen müssen, wie sie war, aber es ist eigentlich die optimale Lichtsituation gewesen für das, was wir davor hatten. Nämlich eine Gegenlichtsituation haben die Kammer in den manuellen Modus gestellt. Niedriger ISO-Wert, Blitzsynchronzeit auf eine 160stel, also unterhalb der Blitzsynchronzeit auf eine 160stel eingeregelt. Dann die Blende geschlossen, sodass der Hintergrund eher zu dunkel belichtet war und dann von vorne Licht draufgegeben. Dadurch, dass das Blitzlicht in den Hintergrund fällt, also quasi in die Luft am Motiv vorbei und wenn das dann hochfrontal über der Kamera geblitzt wird, habt ihr auch kaum Schattenwurf durch das Blitzlicht von vorne. Und dann, wie gesagt, sind die Tonwerte stark verdichtet aufgrund der Blitzsituation und dadurch, dass ihr Hintergrund und Vordergrund angeglichen habt über Blitz und Belichtung und der Rest ist dann in Lightroom ausgearbeitet worden. Nochmal für euch als Hinweis, wenn ihr das auch machen wollt im Gegendlichtblitzen, man braucht schon relativ viel Leistung, aber auch mit Aufsteckblitzen und mit Strobistenblitzen geht das. Das braucht ihr vielleicht ein oder zwei mehr, um noch mehr Licht zu werfen, gerade wenn die Motive groß sind. Oder aber da, wo es geht, geht einfach dicht mit der Lichtquelle ran, denn mit der Halbierung des Abstandes bekommt ihr viermal so viel Licht und das ist eine Menge. Wenn du zu dem Bild irgendwas zu sagen hast oder auch ansonsten zu am Foto gelernt, schick doch gerne eine E-Mail an afg-fotoschule.de, afg-fotoschule.de. Da freue ich mich super. Gerne auch ein Bild schicken, wo ihr auch im Gegendlicht geblitzt habt oder aber unsere gemeinsame Facebook-Gruppe nutzen, um dort Bilder einzustellen, die ihr im Gegenlicht sowohl mit portablen Blitzen, mit Portis, mit Blitzanlagen oder eben auch mit einem Aufsteckblitz erzeugt habt. Würde mich super freuen, da was von euch zu sehen. In diesem Sinne, immer schön dran denken, wir hören uns wieder. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Sollte dir das hier gefallen haben, solltest du Bock da drauf haben, dann wie gesagt, dann mach mit bei Am Foto gelernt 2019. Wenn du Bock hast, mich vor Weihnachten noch persönlich zu treffen, am Samstag um 15 Uhr gibt es bei uns im Schulungszentrum in Hamburg eine Live-Aufzeichnung meines Podcasts, den ich zusammen mit dem Dieter Bethke mache, der Fotofonie. Dort zeichnen wir live eine Folge auf und anschließend habe ich so ein bisschen was dabei und der Dieter auch an Fotokrempel und Gadgets. So eine Art kleiner Fotoflow-Markt. Bring du selber nicht deine gesamte Studiausrüstung mit. Es ist kein großer Fotoflow-Markt. Wir haben auch gar nicht diese Fläche zur Verfügung. Aber wenn du irgendwie zwei Objektive übrig hast oder drei Fernauslöser oder einen Kompaktblitz oder sowas, das, was du eine kleine Tüte bekommst, bring gerne auch mit. Und dann gucken wir mal, dass wir untereinander die Sachen so ein bisschen verteilt bekommen. Ist auf alle Fälle eine gute Gelegenheit, mich nochmal vor Weihnachten zu treffen. Wir haben für Getränke gesorgt und so ein paar Plätzchen und so ein Zeug und wir ein bisschen weihnachtliche Stimmung haben. Ich würde mich super freuen, wenn du dabei wärst. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit, einen schönen dritten Advent, eine schöne Vorweihnachtszeit, eine restliche. Denk an meine Charity-Aktion und die Menschen in Georgien und ja, ich hoffe, wir zwei, wir sehen uns nicht nur hier auf dem Kanal wieder, sondern wir sehen uns irgendwo im nächsten Jahr auf einem Workshop oder einer der Reisen. Da würde ich mich mega freuen. Ich finde es unfassbar cool, euch hier auch aus der YouTube-Community auf den Veranstaltungen zu treffen. Buch doch super gerne was, da ist bestimmt was Passendes für dich dabei. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder. Buch doch super gerne was, wir sehen uns wieder.